Moin moin und stillgestanden liebe Rekruten, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Runde von Badwars auf einer der neuen Maps und zwar Nieren-Cat mit Bergmann und FreaksLP, hallo! 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 Ich baue das hier mal eben kurz so weit zu, dass ich vollidiot so wie ich ja immer bin hier nicht in der Mitte runterfall. Ey ihr habt mich jetzt hier komplett eingebaut in der Mitte. Ach du spawnst da ja dann scheiße. Naja. Du hast schon eine, du kannst auch... Immer der, der fragt. Nene, nene, nene. Die Freze. Die Freze? Oh Gott ey, was ist los mit mir heute? Fall bei dir. Oh du hast gerade ein Stück Gold verloren aus deinem Hintern. Bogen, also mit Bögen wäre das natürlich jetzt richtig geil, 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 geil. So geil! Ich bin so eine kleine Sammelhure, ich muss echt jeden Scheiß hier mitnehmen, ey. Er checkt's nicht, 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 der hat der eine checkt's, aber ich bin tot. Ja, die stehen da wie angepimmelt. Der Sargent riskiert mal eben schnell was, was der mir in die Hose gegangen ist, okay, gut. Alles gut? Ja, alles gut. Er ist runtergef... Oh Gott, ich bin gerade der King. Ich komme, liebe Bonos of Life, ich komme right on top und bring noch ein bisschen Gold mit. Einfach nur so als Geschenk. Man soll ja immer Geschenk mitbringen, hat Mommy gesagt. Das ist aber meine Taktik, ihr dürft das nicht. Natürlich dürft ihr das nicht. Denn das ist mein Baum, das ist mein Hügel, mein Baum. When it drops into the water. Ist das feine? Ja, tatsächlich. Und Schuhe. Mensch, ist ja der Wahnsinn. Geil. Get down, get down, get to the chopper. Schnell, eine Ofenkartoffel, weil wir krasse Boys of Life sind. Gott, ich sollte aufhören zu singen, ich weiß das. Ein Holzschwert. Ein Team Gale wurde vernichtet? Okay, sehr nice. Team Gale, Quatsch. Ich bin doch Gale, was soll das eigentlich? Wer ist das? Oh, nee, 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 nee. Also ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Boah, hört ihr das? Katze, alles ist normal im Step. Let me cool. Let me cool care of the life. Nein, ich wusste, dass das passiert. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Wo ist er? Ach, da ist er. Na, wie süß. Wir müssen aufpassen. Ja, definitiv, wir müssen wirklich aufpassen. Und das ist jetzt nicht nur so gesagt. Palast und Schwert, soll ich dir was besorgen? Äh, nicht. Ich hab alles. Gummibärchen, was willst du haben? Ja, Gummibärchen hört sich gut an. Die Jolo-Mode einsteigen. Jolo, 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 Jolo. Man muss dazu sagen. Man nennt mich jetzt in Fachkreisen auch den Normalizer. Okay, ich muss hacken, würde ich gerade sagen. Natürlich nicht. Ich muss hacken. Scheiße, jetzt hab ich mich verraten. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Euer Sauten. Tschüss. Tschüss.